Wir hatten schon länger mit dem Gedanken gespielt, unser Bad völlig neu zu gestalten. Aber der von uns befürchtete Aufwand hat uns abgeschreckt. Erst die Auswahl der Ausstattung, der Armaturen, der Fliesen, dann die Koordination der verschiedenen Handwerker und natürlich auch die Kosten. Doch das Konzept von Lupse und Lupse hat uns sofort überzeugt. Vom ersten Besichtigungstermin bei uns zu Hause bis zum fertigen Bad. Lupse und Lupse kümmerte sich schnell und zuverlässig um jedes Detail. Wir erkannten schnell, dass wir unser neues Bad über das Internet auf keinen Fall preiswerter eingerichtet hätten. Im Gegenteil. Und wer hätte dann den fachgerechten Einbau und die Garantie übernommen? Die detailgetreue, dreidimensionale Badplanung hat uns besonders geholfen. So konnten wir mit Lupse und Lupse die Umsetzung unserer Vorstellungen genau abstimmen. Und das zu überraschend günstigen Konditionen. In den großzügigen Ausstellungsräumen von Lupse und Lupse haben wir sämtliche Materialien und Einrichtungsgegenstände persönlich gesichtet und gemeinsam mit unserem Berater ausgewählt. Nachdem wir Lupse und Lupse den Auftrag für die Neugestaltung unseres Bades erteilt hatten, waren wir sehr angetan, wie zuverlässig, unkompliziert und termingericht sämtliche Arbeiten durchgeführt wurden. Und das alles aus einer Meisterhand. Wir konnten damals völlig entspannt in den Urlaub fliegen. Und als wir wiederkamen, war alles fertig. Ich erinnere mich noch genau an den Moment, als wir unser neues Bad zum ersten Mal betraten. Da ist für meinen Mann und mich ein lang ersehnter Traum in Erfüllung gegangen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Vielen Dank.